Im heutigen Video teste ich den Fulfill Vitamin und Protein Bar in der Geschmacksrichtung Chocolate Brownie. Von außen ist der Riegel ganz schlicht mit einer zuckerfreien Vollmilchschokolade umhüllt und auch im Inneren relativ schlicht aufgebaut. Ganz oben befinden sich zuckerfreie Schokostückchen, eine dunkle Schokoladenschicht und eine etwas festere Proteinmasse. Bei diesem Riegel bekommt man ein wirklich sehr gutes und intensives schokoladiges Geschmackserlebnis. Es schmeckt so, wie wenn man eine Tafel Vollmilchschokolade essen würde und teilweise hat man auch noch einen herben Schokoladengeschmack durch die dunkle Schicht, die sich unter der Schokobeschichtung befindet. Er ist überhaupt nicht so süß. Von der Konsistenz her ist er zwar etwas zäher, aber ich finde, dass der Geschmack so gut ist, dass man hier darüber hinwegsehen kann. Mir gefällt er auf jeden Fall sehr gut. Ein wirklich authentischer, leckerer Schokoladengeschmack.